Hallo und herzlich willkommen zurück zu COD Black Ops 2. Wir spielen Encro Herrschaft. Ich würde aber lieber Nyctron spielen. Encro kann ich denn anders mal testen. So meiner, ihr sagt was denn das war gescheitert Laser Pointer. Neh mich. Wo gab's denn hier schnell nach? Auf linke Hände. Dafür fliegt weg. Schnelles Magazin, weil ich hab ja flinke Hände. Hebt sich ja gegenseitig auf. Das würde ich übrigens auch bei der Shot hier machen. Bei der Klasse mit der Shotgun. Hm, jetzt wollte ich noch Laser Pointer angeben. Vielleicht hat's ja gekloppt. Oh, das ging schnell, das Laden. Hat sich gar nicht gelohnt, den Ladewild schon anzuzacken. Wahrscheinlich ging das so schnell, weil ich ja vorher schon eine Runde gespielt habe. Also direkt auch vor. Sprich für euch gestern. Oder vor drei Stunden. Ich weiß nicht, wie ich dir die Videos an den Bringen bringe, wenn ich jetzt zu viel habe. Oh, lol. Starter mit C4. Nice. Ich will fast ab. Wie das hier direkt rund geht, Junge. Jawoll. Scheiße. Ah, ich habe eine Drohne. Nichts passiert. Leute, renn weg, ich renn rein. Super Sache. Ach, scheiße. Ach, wir haben ja schon B eingenommen. Da kann ich auch mal hier von der Seite kommen. Ich muss mich so erschrecken, der Junge. ней好, ich na Screen. Also ich will auch meine Leiche-Lack-Coffee. Loil, meine Leiche nachdem. Nice. den hab ich gesehen Niemand hier oben Ich diene jetzt einfach mal als Mobilder spawnen Back hier. Ich hoffe, dass meine Teamkameraden hier spawnen. Scheint aber nicht so. Ah, da war es gebracht hier als Mobilder spawnen back. Loi. Da kam eine Kanada an mir vorbeigeflogen. Nimm einen, nimm einen, nimm einen, nimm einen, nimm einen, jawoll. Ja, ist klar. Da haben wir hier so über die Map verteilt. Ich hoffe, der trifft nicht mich, oder? Ich dachte schon, ich habe auf mich gezielt. Nur Enkel damit ist ja lächerlich. Da. 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 Ichinzele. Es Alexandra. Das war. nicht so toll der hat eine geile waffentarnung. Halbzeit jetzt hier direkt mal wieder 200 punkte sichern scheiß, loll, da kam eine granate auf mich drauf eher gesagt noch mal hinterher ich habe mich doch hinter mir gegriffen, wo bin ich dabei aller scheiß fusten hinter mir das ist so ein blödes Arschloch ouch ouch das gebe doch nicht, Junge das gebe doch nicht, Junge das gebe doch nicht, Junge ja, Junge, ist klar da oh, da war noch einer huch ja, durch den Kühlschrank durch ich runde nicht mal meinen C14 ich runde nicht mal meinen C14 ja, das ist ja jetzt schwul da hat C4, ne, das wäre ein Doppel gewesen das aber auch scheiße jetzt sind die alle da hinten gespawnt auf einer Traube das ist richtig scheiße da 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 das gibt's echt nicht das gibt's echt nicht Leute, da ist mir einer vor die Flinte gelaufen, der wollte ich gar nicht töten ja gut, töten will ich jeden, aber aber jetzt nicht das primäre Ziel nein lol ja, äh wir haben nur noch einen Punkt das ist total kacke irgendwie und unfair was die hier hinten dann auch noch spawnen spawnsystem wird auch immer beschissener hinrunde war cool, rückrunde war scheiße 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 ne goldene Pistole, hat ja nur lange Weile uhuhu, juhi danke fürs zugucken, bis zum nächsten Mal, tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal